Wir wollen wachsen und wachsen bedeutet, wir wollen Mitarbeiter hinzugewinnen. Die zweite Dimension unseres Wachstums ist die Fähigkeit, mehr Kunden anzusprechen. Wir sind heute sehr stark im Public-Sektor vertreten, wollen aber weitere Kunden stärker aktivieren und auch gemeinsam mit unseren Partnereinheiten da vorstellig werden. Also einen typischen Arbeitstag gibt es eher selten, weil man ständig mit neuen Problemen und Herausforderungen konfrontiert ist. An dem Projekt, wo wir sind, da müssen dann schon mal Datensätze in Millionenhöhe verarbeitet werden und das ist schon eine große Herausforderung. Also ich finde es spannend, dass man prinzipiell jeden Tag ein Rätsel aufbekommt, das man löst, als Entwickler bei uns. Es gibt Fehler im System und wir sind dann dafür da, das Rätsel zu lösen und den Fehler zu beheben. Hier in Nürnberg in unseren Projekten suchen wir in erster Linie Informatiker, auch Wirtschaftsinformatiker. Die finden dann ihren Einsatz beispielsweise als Java-Entwickler, auch erfahrene Java-Entwickler. Die finden ihren Einsatz auch als technische Architekten oder als Solution-Architekten, Anwendungsarchitekten. Prozessmodellierung ist ein Gebiet, in dem wir hier stark sind in Nürnberg. Und da suchen wir ständig Absolventen und auch berufserfahrene neue Mitarbeiter und Kollegen. Wir sind ein Team, wir müssen viel kommunizieren, wir müssen uns absprechen. Natürlich suchen wir technisch brillante Leute, aber eben keine Einzelkämpfer, die gerne im dunklen Keller alleine vor sich hin programmieren. Wir suchen Leute mit Leidenschaft für die IT, Leute, die Spaß an der IT haben. Vielleicht nicht nur in der Entwicklung, sondern auch bei der Kommunikation. Wir suchen Verstärkung für alle Aufgaben, die in so einem typischen Softwareprojekt anfallen. Von der Konzeption über die Entwicklung bis hin zum Test, aber auch in querschnittlichen Rollen. Wie zum Beispiel Projektmanagement, wie beispielsweise Qualitätsmanagement. All das ist vertreten. Was wir suchen, ist mehr das Profil des Software-Engineers, der zum einen natürlich auch seine Erfahrung hat im Entwickeln, aber breiter aufgestellt ist. Da gibt es verschiedenste Funktionen, die man auch durchaus in einem großen Projekt im Laufe der Zeit einnimmt. Also wir müssen auf jeden Fall gut ins Team passen. Einzelkämpfer oder so findet man bei uns eigentlich gar nicht. In den Projekten bei uns muss man engagiert sein auch, weil man doch in relativ kleinen Teams zusammenarbeitet, wo die Leistung des Einzelnen relativ stark hervorkommt. Und da kann man sich dann relativ gut beweisen. Was mir wichtig ist, ist Begeisterung am Software-Engineering und zwar in allen Facetten. Begeisterung an Technologie, Begeisterung an Beratungssituationen und Begeisterung daran im Team und mit dem Kunden eng zusammenzuarbeiten. Wir suchen Berater, die beim Kunden dienstleistungsorientiert auftreten und ihre Kompetenz wirklich in den Alltag einbringen. People matter. Results count.